So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play, so wir haben wir auf Galaxy 2. Hier im letzten Mal haben wir ein paar Kometern eingesammelt. Fünf Sterne haben wir wieder eingesammelt und ich würde sagen, beide geht's. Okay, wo ist aufgetaucht, der letzte? Das war nicht hier, das wäre die erste Welt, ne? Die erste oder die zweite? Die erste Welt, okay, als wäre es die zweite Welt dann. Wir haben fast die erste Welt komplett abgeschlossen, also die komplette Welt abgeschlossen. Und... Wo der... Wo ist das aufgetaucht? Hä? Ach, da! Oh, hi, da ist es also. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Stern jetzt? War gerade irritiert, ey. Ja, Kometenalarm, yay! Jetzt kommt ein Stern, den habe ich übelst verkackt, den habe ich nämlich noch gemacht. Ich habe einen anderen Stern dafür nicht gesammelt, den habe ich dir nachgeschaut. Das ist ein sehr bekackter Stern und das werde ich definitiv auch nicht im First 2 schaffen. Das kann ich natürlich jetzt schon, das ist versprechend, das werde ich nicht schaffen. Weil das ist wirklich, wirklich kackehart. Oh man, wir dürfen die Rutsche machen mit den Münzen. Wir haben 140 Münzen, glaube ich, zur Verfügung und davon müssen wir natürlich 102 nehmen. Und ja, scheiße halt. Es ist einfach scheiße. Ich sage es euch gleich direkt, es ist scheiße. So. Wir müssen natürlich aufpassen. 140 Stück, das heißt, wir können 40 verpassen. Also gibt es denn, ich weiß. Also gibt es denn. Das heißt, wir müssen jedenfalls hier am Anfang versuchen, alles zu bekommen, was geht. So, wer da? Für 38. Alle kann man nicht sammeln, das ist einfach unmöglich. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich Skogier wäre, wenn man versucht, alles zu sammeln. Aber man hat keinen Plan. Ist mir aber gerade im Prinzip wirklich völlig wurscht. Denn ich muss mich tatsächlich... Ui. Hier drauf konzentrieren. Das war knapp wieder. So. 70. Der schwere Abschnitt kommt gleich erst noch. Wäre schon, wenn ich nur da Münzen haben werde, dann kann ich mich auf das Rennen hier konzentrieren. Das heißt, im Moment noch Münzen sammeln. Da, da, dam. Und hoppala. So, und hoppala. 92. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, wenn ich das mal so bemerken darf. So, wir haben 100, alles kann ich nur noch schaffen. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Wurzeln. Was? Okay. First Drive, was? Junge. Krasse Scheiße. Ja, wie gesagt, ich habe in dem Waze hier übelst gefailt. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt drin habe. Aber wir werden es nochmal haben, sowas. Ich glaube, wir werden es nochmal sowas später haben. Und ab dann ist es... Ab jetzt ist es definitiv wieder voll blind. Ab jetzt habe ich keine Sterne mehr gesammelt. Ich hatte bei anderen Spiels 36 Sterne. Ich habe andere Sterne gesammelt, wahrscheinlich ein bisschen. Aber, wow. Wow. Ich bin echt krass. Das ist echt heftig. Das hätte ich niemals gedacht, ey. Alter, dass ich das im First Drive sogar schaffe, ey. What the fuck, ey. Was ist los hier? Ich bin kaputt. So, was will ich eigentlich hier? Will ich gar nicht hin. Wo war der Sterne jetzt eigentlich aufgetaucht? Wo der Hell? Wo der Hell? Hä? Wo ist er aufgetaucht? Hä? Ach hier. Ach so, hier. Riesenwasserfallgalaxie. Oh yeah. Okay, mal schauen. Was erwartet uns hier? Kometenalarm. Yeah. Eigentlich nicht. So, Beeilung hoch mit dir, Toboyoshi. Ach, das ist das Level mit dem Pfeffer. Stimmt, ich erinnere mich. Riesenwasser. Ach du Scheiße. Wir sollen es in der Zeit schaffen, oder? Kann das sein? Okay. Okay, wie viel Zeit haben wir? Ich will es gar nicht wissen. Drei Minuten. Ach, wie geil. Mit so einer World Musik. Geil. Es ist immer wieder episch. Da, 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 bam, bam. Oh yeah. Ich hänge mich aber gerne an den Kant auf hier. Zack. Und los geht's. Nehmen wir alle mit hier. Na, du hast das mitnehmen können, nehmen wir auch mit natürlich. Und los geht's. Zweiter Abschnitt. Das ist der Abschnitt, wo wir hochlaufen müssen, okay? So, los geht's. Oh mein Gott, wo laufe ich denn da? Das ist der Tank hier. What the hell? Nein. Ich fahre runter. Fuck. Ja, Johnny Mood. Geil, das wollte ich jetzt gar nicht hier weg. What the fuck? Oh mein Gott. Das wird super, super knapp werden. Okay, haben wir aber. Und nächster Abschnitt. Wow. Da haben alle mitgekriegt noch. Hoffe ich auf jeden Fall viele davon. Okay, hier ist kein Pfeffer. Das heißt, wir müssen ein bisschen laufen, normal. Da-da-da-da-da-da-da-da-dam. Aber hier. So. Weiter geht's. Da-da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Ba-ba-ba-bau. Okay, weiter, 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 weiter. Alles cool. So. Der nächste Abschnitt ist, glaube ich, auch schon der vorletzte. Oder das ist der letzte, glaube ich, sogar schon. Außer, wir haben noch ein bisschen was zu laufen, ich weiß. Aufpassen auf die Gumblingssteine. Fuck. Ja, das war klar. Das war klar. Na gut, nochmal. Noch einmal, bitte. So, ouch. Ja, Mario ist okay. Du brauchst nicht dagegen laufen. Das, zack. Geh weg, du Gumblingssteine. Geh weg, lass mich in Ruhe. Da, 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 dam, dam, dam. Noch einmal. Okay, nehmen wir alle mit hier, was wir mitnehmen können. So, und weiter geht's. Nächster Abschnitt. Ist ja noch rot, ne? Ja, ist immer noch rot. So. Da, 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 dam. Geh weg. Nicht will ich gar nicht. So, weiter geht's hier. Oh, ich wollte gerade wieder falsch weglaufen. Ich wollte gerade falsch weglaufen. So, haben wir auch jetzt direkt geschafft. Gut, weiter geht's. Nehmen wir aber mit, was wir können hier. Und 95, 99 Sternteile. Und greifen ein Leben dazu. Hoppala. Und hoppala. So, weiter geht's. Ich mag dieses Level. Es ist eigentlich ganz cool. Aber, wenn man so failt, wie ich gerade eben. Es war ein bisschen unnötig. Ist natürlich ein bisschen älgerlich gewesen. Hopp. Dann dauern wir ein bisschen ab hier. So, hopp. So, nächster. Ich weiß, dass da ein Leben ist. Auf der einen Seite. Aber egal. Macht nichts. Das brauchen wir jetzt zur Zeit nicht. So. So. Oh, nein. Ich fahr runter. Ich fahr runter. Ich lauf nochmal zurück. Lauf auch nicht zurück jetzt, Yoshi. Danke. Nochmal. Hast du... Du kannst mal... Eben, danke. Oh, man. Okay. Sieht nicht so schlecht aus. Diesmal reichen wir die Hälfte sogar. So. So, lass das. Lass mir Ruhe. So, nächster Abschnitt. So. Das ist der Abschnitt mit der Coin gemessen. Ja, ist er auch hier. Das ist er tatsächlich. So. Okay. Yoshi, Yoshi. Da ist der Stern auch schon. Okay. Okay, da ist der Stern auch schon. So, da bin ich eher an der Wand lang gelaufen, als da gegen zu rennen. Und wir haben ihn. So. Ja. Gut. Mal wieder ein schön Fail reingedonnert, aber hat gut geklappt. Trotzdessen noch. Trotzdessen hat es geklappt. 38 Sterne. Oh, yeah. Yeah. Zack. 111 Sternteile haben wir bekommen. Leben nochmal dazu, weil wir 400 Münzen haben. Und gespeichert. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, können wir den dritten Kometlumma schon erwischt hier. Es taucht keiner auf. Es taucht kein Komet auf. Guck mal. Kein Komet mehr. Hotel. Wollte ich auch kein Komet auf. Okay, gehen wir weiter. Das heißt, wir gehen wieder in ein reguläres Level rein. Was ist das? Achso, damit können wir abkürzen. Okay, alles klar. Müssen wir aber nicht. Das müssen wir nicht. Was ist das für ein Level? Frostflockengalaxie und die oberen? Äh, Gruseläther. Äh, Gruseläther. Wir machen erst mal die Gruseläther-Galaxie. Weil ich Bock auf Geister-Level gerade habe. So. Was ist unsere Aufgabe? Bären, 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 Bären Panik in Buchus Haus. Okay. Hä, keine Ahnung. What the hell? Da ist... Gab's auch bei Galaxy 1. Das ist die Leucht... Äh, achso. Nee. Das war anders. So. Ach, es labere ich denn gerade darum. Ich wollte gerade sagen, das haben wir Galaxy 1 auch gehabt. Nein, haben wir nicht. Oh, Mario World wieder. Die Kästchen oder die Geisterhausmusik. Aber wie geil. Ey, ich muss sagen, das spielt auch viele Tracks aus Super Mario World, ne? Das war echt zu behaupten. Das hat echt viele Tracks aus SMW. Hammer geil. Folgt mich, weil das ist echt ein gutes Spiel. Habe ich ja immerhin auch schon als Play, Leute. So, mal den beibemelden. Bären, 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 Bären. Wo die Coin ist, ey. Boah, auf jeden Fall nicht hier. Auf jeden Fall nicht da. Okay. Ich muss immer warten hier. Ich warte immer ab jetzt auf den Weg hier, weil... Ich muss gucken, wo die Coin hier ist. Aber anscheinend ist es egal. Ja, anscheinend ist es echt egal. Okay. Nee, es ging nur da drum. Dass sie vielleicht irgendwo auftaucht, aber sie taucht nicht auf. Okay. Gut, taucht nicht auf. Hätte ja sein können, ne? So. Das Checkpoint auf jeden Fall. Ach so, im Moment. Okay, jetzt scheiß auf. Wollen wir nicht. Das brauche ich nicht. Was interessanter ist, ist das ab hier. Was ich mal mitnehmen werde. So. Das werde ich mir gönnen. Oh mein Gott. Weilung. Ich vermute, das wird wieder... Der... Ach so. Okay. Ich wollte gerade sagen, wann taucht ja mal bitte der Boden hier auf? So. Können wir weiter da, oder was? Hallo. Hallo. Weg. Danke. So. Na. Boah. Ich dachte, der gerade stößt mich runter, ey. What the hell? Was ist das für ein Level hier, ey? Hoppala. So. Und wir sagen, wie wir eine Röhre. Da werde ich mal reingehen. Und da ist die Commitment auch schon. Mal schauen, was jetzt mal hier drin ist. Nein. Was ist das denn? Ernsthaft? Oh, jetzt sind die Commitment sind ja angesammelt. Oh. Das heißt, wir würden das gleich nochmal neu machen. Na, jetzt scheiß drauf, ey. Wir müssen jetzt das mal so weiter hier. So. Schlüssel. Das wird ab. Ich will ja nochmal gleich einmal einsammeln. Sicherheitshalber. Nein. Fuck. Okay. Die Selbstsucht wurde mir zu fängnis. Verdammt, sagst du dich. So, nochmal. Okay. Ich glaube, man hat gemerkt, dass es für mich blind ist. Hier, weil ich nicht wusste, wo die... Das ist nur der Coin, dass es da weitergeht. Das hat man mir angemerkt. So. Bisschen aufpassen, ja. Wir können ja trotzdem noch runterfallen. Ich höre den Stern, kann ich sagen? Hä? Ich höre ihn, aber... Ich sehe ihn noch nicht. Ich höre ihn, er wird immer lauter. Okay, da ist doch eine. Okay, zack, weiter. Da oben ist er. Ne, da oben ist er was anderes. Okay. Und da ist der Stern. So, haben wir. Gut. Wir müssen trotzdem nochmal hier rein und die Coin holen. Shit. Sehr erschüttermäßig. Das Problem ist einfach, ähm, dass die Sternmünze, die Komet-Münze halt nur im ersten Stern ist. Und, ähm, ja. Ist halt nicht möglich. Sind ja die zweiten Sternzoll, ne? 39 Sterne. 33 Sterne und Teile. Ganz wenig Münzen. Und da ist der Komet, Luma. Okay. Aber kein weiterer Komet. Das heißt doch, dass wir erst einen Komet bekommen, sobald wir die nächste Münze haben. Also, hätte ich die verkackte Münze eingesammelt vorhin, hätten wir sie bekommen. Den nächsten Komet auf jeden Fall. Ach ja, Leute. Was ein Spaß hier gerade, ey. Was ist das jetzt hier? Beziehungsweise ist Spukulost. Ne. Erstmal liegt da was anderem hier nochmal. So, hau rein da. Wissen wir bereits. Das heißt, wir können ein bisschen ab. Wow. Ja, laufen die Geister rein, bitte. Oh, man. So, die höre ich zu finden, wenn man sich dreht. Okay. Okay. Zweiter Abschnitt. Das war hier vorne, das direkt schon. Das ist ja der Abschnitt schon, ja. So, los geht's. Keine Pausen hier. Naja, das muss ich warten. Naja, so ein Scheiß, ey. Okay, das war... Das ist gewagt gewesen, ich weiß. Fuck. Ja, ich fahr runter. Das war dumm von mir. Ich hätte warten sollen. Oh, jetzt fähle ich unnötig bei der Münze. Ah, 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 ah. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. Was ist los hier? Was ist denn los hier heute? Leute von heute, was los? Was ist denn los hier? Hätte ich mich vom Ball her vielleicht noch schaffen können. Ich werde auch noch mal riskieren. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich sogar. Lol. So. Zweiter Abschnitt. Denkt daran, nicht in die Ruhe gleich ranzugehen, Paddy. Das wäre sehr optimal, doch, dieses Mal. Wow. Was war das denn jetzt? Jumpen wir einfach mal daneben. Scheiße. Ach, Mann. Manchmal ist mein Artikel 4-Spiel eigentlich amüsant, ey. Oh, Scheiße. Amüsant. So. So, warten wir jetzt hier immer ab, hier. So, Weg. Tau rauf hier. Da ist er. Ich will einen nur ein Stück näher ran, doch. Dann kann ich auch jumpen. Dann kann ich auch jumpen. Ach, come on, Weg. Das ist doch nicht so scheiße. So, weiter. Jetzt kommt es mit der Röhre. Das heißt, wir müssen jetzt geradeaus weitergehen. Aber ist da noch was Geheimnis denn, oder what the hell? Ich habe keinen Plan. Ehrlich. Keine Ahnung. Ach so. Ah, das ist... Okay. Ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Okay. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Mehr wäre nicht weitergekommen. Okay. Okay. Ich sehe das Problem. So unnötig. So unnötig. Na gut. Das ist halt so jetzt. Kann ich jetzt nicht ändern. Das kann ich jetzt eben halt nicht ändern. So. Dafür können wir jetzt hier gut durchjumpen. Ja, jetzt habe ich den nicht eingesammelt. Scheiß drauf. Brauchen wir auch nicht. Okay, abkürzen ein bisschen. Aber ich gehe ein bisschen andere Wege gerade, sieht man. Okay, hopp. So, einmal kurz einsammeln. Zack. Hoch da. Und dann haben wir ihn auch. Gut, haben es. Ja, ja. Ich muss das ja wiederholen. So ein Scheiß. Das ist das Problem, wenn man eine Coin vergisst. Naja, nicht vergessen würde. Ich habe es nur nicht einsammeln können. Sagen wir es so. Ja, wir haben eh keine Sterne bekommen. Ja, ist okay. 39. Ja, bleibt weiter. 17 Kometenmünze. Zwei Sternteile. Zwei Münzen. Kein Komet. Okay. Kein Komet. Ich hätte sagen können, dass der Komet auftaucht jetzt. Aber okay. Anscheinend nicht. So, dann haben wir den zweiten Stern hier noch. Nochmal da rein. Weil es Spaß gemacht hat. Gehen wir hier nochmal rein. Yeah. So. Spitzwinger des Spuckkorridors. Oh yeah. Was geht hier ab? Was ist das? Ah, okay. Ich sehe das. Ich sehe es. Okay, alles klappt. Das ist gleich nochmal. Nur ein bisschen heavy. Ein bisschen heavier. Heavy ist kein Wort, aber gut. Ist mir egal. Der Bogen bewegt sich nicht. Doch, der Bogen bewegt sich doch. Der Bogen bewegt sich doch. Ich habe gedacht, der Bogen bewegt sich jetzt gerade nicht. Ich kam mir auf jeden Fall so rüber gerade. Na gut. Hoppala. So. Da gibt es eh nur Ups. Deswegen ignoriere ich das wieder. Was willst du? Schau niemals in die Booos rein. What? Wer bist du denn, ey? Warte mal. Ach so. Okay, alles klar. Wenn wir reingucken, bleibt er stehen. So ist das gemeint. So. Und Checkpoint. Ähm. Ich wollte gerade jumpen, merke ich gerade. Und das war irgendwie. Okay. Ich dachte, man kann sich so frei bewegen. Ja, aber wir müssen warten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Sicht war scheiße. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass das Ding kam. Habe ich nicht sehen können. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Aufpassen. Ignorieren. So. Weiter. Hopp. Da ist ein Ring. Alter. Was soll das? Hoff damit. Arschloch. So. Checkpoint. Okay. Ich sehe die Schwierigkeit hier. Es bewegt sich hier erst mal. Und du hast diese Dinger hier bei dir. Aber alles cool. Bis hier vorne ist alles noch cool. Schmeckt es euch? Schmeckt es euch? Ich hoffe, ja. Der mich nervt das. So. Gut. Okay, okay, okay. Und hopp. Ah. Stopp. Stopp. Eui, eui, eui. Eui, 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 eui. Ich kann mal aufhören so krass gewagt zu laufen hier. Und da ist der große Geist wieder. Hi. Na, schau, wie geht's? So, hopp. Und hopp. Und hopp. Und zack. 40. Oh yeah. So. Und nicht anders. Das war doch mal gut. Das hat auch Bock gemacht. Jetzt kann man zum Abschluss nochmal schöner Komet auftauchen. Das wäre ganz gar nicht mal so schlecht. Das wäre nicht mal so kacke. So. 40 Sterne. 20 Sternteile. 10 Münzen. Und immer noch kein Komet. Okay. Schade. Schade, schade, schade. So. Was machen wir? Machen wir die Frostflockengalaxie ein Level? Ja, komm. Machen wir das Schneelevel nochmal. Einen Stern holen. Und im nächsten Part werden wir die Luma dann machen. Ich weiß gar nicht, wie viel er haben will. Ehrlich. Ich habe keine Ahnung. So. Einen Schneebauser im Lavasee. Aber wir haben über 1300 Sternteile. Deswegen sollte eigentlich kein Problem sein, das zu bekommen. Okay. Ich glaube, wir sollen den Bowser kaputt machen. Würde Sinn ergeben. Eigentlich müsste er schmelzen. Oh, schönes Schneelevel. Ist das nicht schön? So. Eine Feuerblume. So. Da es Münzen gibt, könnte sein, dass es wieder ein Luma gibt hier. Immer diese Andeutung, ey. Ich hasse es, ey. Äh. Okay, ich dachte, jetzt kann ich das Haus kaputt machen. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal schauen. Ja, aber danke. Äh. Ja. Achso, okay. Okay. Ich habe es gesehen. Na, wie geht es dir? Äh. Okay. Äh. Äh, ja. Eindeutig viel krabben hier gerade. Ist mir jetzt gerade völlig egal. Okay. Okay. Okay, haben wir ihn. So. Was ist das? Oh nein, oder was? Achso, rutschen. Oh je. Oh je, rutschen. Äh. Da ist die Feuerblume und da ist die Röhre. Äh, ja. Ich hatte vermutlich was machen sollen. Das habe ich mir eben gedacht. Oder ist es überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Okay. Das war sogar richtig. So, ist halt die Frage. Wo kriegen wir eine Feuerblume her? Okay, haben wir. Aber wir haben keine Feuerblume mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Da hinten ist aber eine. Ich sehe eine. Ich sehe eine ganz hinten. Ich sehe sie schon. So. Ein Flying Block, ey. Aufpassen, 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 aufpassen. Nicht da reinspringen. So, das heißt jetzt von hier müssen wir noch drüber kommen irgendwie. So, hopp. Und einmal gewagt hier. Wui. Ei, 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 ist so heiß. Egal, wir sind da. Und zack. Da ist er down. Da ist er down. Da ist er down. Da ist ein Bowser gebraten. So, und Nummer 41. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wir haben fünf Sterne Gold, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, Gott. Fünf oder vier Sterne. Vier auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir fünf haben. Obwohl wir haben jetzt 36 angefangen, ne? Wir haben fünf Sterne gesammelt. Wir haben 41 jetzt. Oh yeah. Oh yeah. 41, 34 Sternteile. 14 Münzen. Und ich habe was vergessen. Die Coin. Habe ich nicht eingesammelt. Verdammt. Verdammt. Dann komm ich auch da auf. Okay. Gut, Leute. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Bis du uns an meine Galaxy rein in die Münze holen. Das heißt, im nächsten Part werden wir ein bisschen was erledigen. Dann bis zum nächsten Mal. Und hey. Hallo, ah. Was, ah. 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 Daumen. Ah. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.